Na nu, was ist das denn? Sind das etwa die neuen Helden für Overwatch? Oder ist es gar ein neues Science-Fiction-Moba? Weder noch, denn hier sehen wir die Freelancer genannten Cyberpunk-Helden von Atlas Reactor in Aktion. Doch was ist Atlas Reactor eigentlich? Atlas Reactor ist im Grunde eine Art rundenbasiertes Overwatch mit einer Prise Heroes of the Storm und Gameplay-Elementen von XCOM. Wir treten mit unserem Freelancer im Team mit drei weiteren Spielern gegen eine gleich große Gegenmannschaft an. Wer nach einer bestimmten Anzahl von Runden die meisten Kills hat, gewinnt. Soweit nichts Besonderes. Der Witz an dem Spiel ist jedoch, dass alles rundenbasiert abläuft und wir nur sehr wenig Zeit haben, unsere jeweilige Aktion zu planen. Jede Aktion – und wir haben immer nur eine einzige pro Runde – ist einer von vier Phasen einer Runde fest zugeteilt. Daher müssen wir sowohl strategisch planen, als auch taktisch klug handeln und stets die Züge der Gegner, aber auch die unserer Freunde voraussehen. Ansonsten kann es passieren, dass wir unsere stärksten Angriffe sinnlos ins Leere pfeffern oder der Verbündete Unterstützer, der leeren Luft einen Buff versetzt, weil wir unsere ehemalige Position in einer früheren Phase verlassen haben. Hier haben wir zum Beispiel unseren eigenen Rat nicht befolgt und planen zusammen mit dem verbündeten Mutantenviech neben uns eine ordentliche Abreibung für den Gegner, der passenderweise eine Art schlüpfriges Fischmonster spielt. Fischi hat allerdings einen nützlichen Bewegungsskill, den er vor unseren Angriffen zünden kann und so aus dem Vektor unserer Attacken entkommen kann. Daher schießt unser Freelancer sinnlos in die Botanik und der Mutant haut in nutzloser Wut die Luft zu Klump, während der Gegner sich in die Flossen lacht. Das alles geht freilich auch anders, denn hier haben wir uns mitsamt unserem Team klug aufgestellt und können nun alles abfahren, was wir an offensiven Skills parat haben. Der Gegner hat das entweder nicht kommen sehen oder hat gerade alle seine Abwehr- und Fluchtskills auf Cooldown. Wer nämlich eine Fähigkeit außer einer Standardbewegung oder einem 0815-Angriff ausführt, muss für eine bestimmte Anzahl von Runden auf diesen Skill verzichten. Daher sollte man sich jede Spezialfähigkeit gut überlegen. Unsere Skills hängen, wie bei Overwatch oder Heroes of the Storm, von unserem gewählten Helden ab. Jeder der derzeit 19 Charaktere hat fünf verschiedene Skills, von denen einer eine besonders vernichtende Spezialattacke ist, die wir aber erst im Lauf des Spiels aufladen müssen. Die Heldenauswahl ist dabei ziemlich originell und spart nicht mit abgedrehten Charakteren. So gibt es neben Cyber-Cowboys und Mutanten auch waschechte Neo-Barbaren mit Schwert oder einen vermeintlich putzigen Roboterhund. Besonders cool? Jeder Held kann mit speziellen Skins noch weiter personalisiert werden. Es sind nicht nur ein paar alternative Farbmuster möglich, sondern gleich ganz neue Heldendesigns. Außerdem können wir unsere Lieblingscharaktere mit Erfahrungspunkten aus dem Gefecht aufleveln und so weitere Skills, aber auch Sportgesten und Skill-Modifikatoren freispielen. Spielentscheidend sind diese Modifikatoren allerdings nicht, sie bereichern lediglich unsere Spielweise. Atlas Reactor ist ein seltsames Spiel, das definitiv Spaß macht und ein wirklich abgefahrenes Gameplay vorweist. Rundenbasierte MOBA-XCOM-Overwatch-Action, das ist echt mal was Neues. Aber in der Praxis leidet das Spiel noch daran, dass es schnell in unübersichtliches Chaos abgleitet, da wir nur sehr wenig Bedenkzeit haben und somit eigentlich ein eingespieltes Team benötigen, um wirklich all unsere Skills sinnvoll zu nutzen und so das Spielprinzip optimal auszuschöpfen. Mit solch einer Mannschaft am Start macht es jedoch einen Heidenspaß. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR